Teresa, ich freue mich ja so, dass du gekommen bist. Obwohl, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Die Presse in meinem Läden. Teresa, bist du aber dürr geworden? Also, das finde ich nicht schön. An so einer Frau sollte ja schon ein bisschen ein kurzer sein. Ingrid, du musst doch noch... Teresa, Peters Freundin, die letzte, das war auch so eine dürre. Oh, kein Wunder, dass das nicht kalt ist. Es tut mir aber wirklich leid, dass ich dir gar nicht zuhören kann. Wegen der großen Aufreden. Ich muss auch ein Foto von dir machen, für den Artikel. Ein Foto? Am besten stellst du dich da vorne vor das Vollregal. Sehe ich gut aus? Herrlich. Und jetzt hältst du noch ein bisschen die Hand vor die Kamera. Und jetzt hältst du noch ein bisschen die Hand vor die Kamera.